Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Junknookum Forever unter Linux mit Wine und die, nein, beziehungsweise die XBK. In der letzten Folge sind wir mit unserem kleinen Mini-Auto hier und als Baby Junkie durch die Gegend gefahren und versuchen noch zu ergründen, was ihr jetzt eigentlich vorhabt, nachdem wir noch ein bisschen auf den Mutterschiff geballert haben, weil die uns irgendwie die Bude auseinander nehmen wollten. Naja, und jetzt rennen die halt hier rum, killen Kerle und klauen Mädels. Ähm, irgendwie häng ich gerade in der Wand fest, was unpraktisch ist. Ja, ja, wir verpissen uns hier besser. Okay, da geht's nicht weiter. Hä? Okay, was genau tue ich hier? Das Einzige, was noch sein kann, ist, dass wir da unten durchsneaken könnten. Oh, Baby Junkie klingt so niedlich. Belast euch auf den Junkie. Oh, da können wir noch ein bisschen hier Blackjack spielen oder so. Was genau tue ich hier? Also ganz schön fehlen, also diese Bänke, ne? Dann kannst du doch eigentlich dich voll krass verstecken. Muss ich nicht mit irgendwelchen Aliens anlegen. Gut, die Ladies, lass ich dir einen klauen, das ist ein bisschen unpraktisch. Ein paar könnten sie da lassen, vorsorgsweise die Hotten. Oh, hey, ein Mini. Achso, jetzt können wir das Auto uns holen, okay. Einen Mini-Soldat, den haben sie den Kopf abgebissen oder irgendwie sowas. Das klingt schon niedlich. So kann man Junkie doch nicht ernst nehmen. Irgendwie würde ich immer mit Shift diesen Boost machen. Eher, ich weiß, mit rechter Maustaste. Und wenn wir seinen Kopf getroffen hätten, ob er dann gestorben wäre? Okay, einfach nur nicht von den Jungs aufhalten lassen. Nuh. Äh, da gibt's hoch. Ah, da haben wir das Auto kaputt gemacht. So viele Sprünge hat das Auto überlebt und jetzt? Ah, komm, unsere beiden Zwillinge. Duke, zum Glück hat dich niemand zertreten. Hör zu, wenn du irgendwie das Tor aufkriegst, dann bringen wir dich mit dem Partikel-Expander wieder auf Normalgröße. Und, äh, vielleicht kannst du mir mit den beiden Mädels helfen. Wahnsinn, die kriegen den Hals nicht voll. Allein werde ich mit denen nicht fertig. Na, alles klar. Ja, das sind schon so kleine... Ähm, ne? Ich kenne ja keine nette Bezeichnung für das, was mir gerade vorschwebt. Ah, okay, wir müssen diesen komischen Wagen da hinrollen. Sonst kommen wir da nicht dran. So. So, Tür auf. Oh, du bist ja so winzig und so süß. Ich könnte dich wie eine kleine Muschi in meiner Tasche tragen. Oder gleich in der Muschi. Oh, hey, guck mal, da sind die... Du's. Oh, hey, es ist Duke. Sie werden uns auffressen. Tritt einen für mich in die Fresse, Duke. Ja, ja, keine Sorge. Du bist besser als Chuck Norris. Oh, das ist eine Aussage, mit der wäre ich vorsichtig. Mit dem Ziel habe ich es echt nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, die Maus ist irgendwie... Maussteuerung ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ungleichmäßig. Weil ich drehe mich manchmal einfach so, ohne dass ich gerade bin und drehe mich noch viel weiter. Habe ich das Gefühl zumindest. Oh, du bist absolut der Größte, Duke. Ja, Duke, du hast sie echt alle gemacht. Oh, mein Gott. Ich hatte solche Angst. Ich auch. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Geil. Zeit für meine Belohnung. Duke, Hilfe! Oh, Gott, Duke, rette uns! Oh, die könnte ich jetzt nicht erschießen. Meine Bräute, nicht in meiner Stadt. Das werdet ihr Alien-Huren-Söhne büßen. Gott, deine, diese Bruce Willis-Synchron-Stimme, die macht mich fertig. Ich meine, ja, du musst so einen coolen Typ... Haben die Tür nicht eben erst aufgemacht? Irgendeine coole Synchron-Stimme für Duke nehmen oder so, aber... Ich weiß nicht, das Voice-Acting ist trotzdem wirklich das Geilste. Naja, dann gehen wir die Schweinchen-Kirchen, die wir eben hatten. Wollen wir noch ein paar Einzelteile rum? Oh, Mann. Ähm, Slots. Ja, ich wollte irgendwas sagen. Ich hab nur grad vergessen. Ich hab auch schon mal... Ich hab's auch irgendwo die Pillen, oder waren die woanders? So viel Zeit muss sein. Na, komm schon. Duke-Zeichen. Ey. Leute, das war jetzt aber nicht nett. Ich wollte ja gerade mein Glück versuchen, und ihr unterbrecht nicht einfach. Okay, das war mir neu. Wo geht's denn jetzt hier durch? Die Tür ist zu. Ah, die Polizistenschweine schon wieder. Polizistenschweine, verstehst du? So, also, hier sind wir rübergehüpft. Hier ist Türchen ist zu. Da kannst du ein Auto gewinnen. So wie nicht ganz so geil aussieht. Und sagen, da wo's baut der kleine Mann denn? Alter, das schöne Duke-Haus. Kann ich jetzt die Rundenruhe spielen? So, es kommt schon drehen. Ja, komm schon. Mist-Maschine. Ex-Deads. Was auch immer. Ob man überhaupt gewinnen kann. Bisher nehme ich nicht. Warte, anyone gibt eine Münze, zwei Münzen oder drei Münzen. Wow, zehn Punkte. Ah, komm schon. Was machen Sie? Ich spiele erst mal am Automaten. So, also wir wollen eigentlich weiter und unsere Ladies retten, habe ich gehört. Ah, da vorne geht's raus, da wo es unauffällig blinkt. Ja, ja, ja. Machen wir die Tür hier mal auf. Brauch schon, kleiner. Schon ein großer Junge. Und jetzt behauptest du das immer. Gibt es hier die Steroide? Ah, da vorne geht's einfach nur durch. Uh, da ist noch ein Boden. So, Ladykiller. Ja, wo seid ihr denn? Und gerade so schön auf Steroide. Die Wirkung lässt gleich nach, Leute. Oh, da fehlt der Unterteil. Etwas Unterteil. Ich kann doch einfach stehen bleiben. Ich werde wahrscheinlich sicherlich irgendwann vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, Junge. Das ist aber nicht nett. Shit. Shit. Vielleicht sollte ich doch weniger auf den Nahkampf gehen. Das ist kein Doomguy. Ich habe doch auf normal gestellt, oder? Irgendwie auch schwierig oder so. Ja, dann nehme ich das diesmal einfach nur mit. Und haue die Steroide später raus. Ich hoffe, der zwei ist die. Ich muss sagen, ein bisschen Ego kann ich gerade wieder gebrauchen. Ja, ich schließe es mal ein bisschen lauter. Warum? Ich stehe in der letzten Zeit auf den, warum trifft der denn nicht? So. Kann ich mal kurz sagen, wo geht es denn raus? so ist eine maus beschleunigung oder sowas sind steuerungen tastatur controller einstellungen maus empfindlichkeit maus gelettung wie wäre es mit gar nicht das macht es nicht besser ja ich kann die auswendigkeit an meiner maus umstellen aber ich habe die immer lieber auf demselben wert ist immer wieder woanders für jedes spiel also mache ich immer das spiel aber richtig so der ladykiller teil 3 och du meine güte pickkopf lassen oft neben dem mitgeführten waffen auch rohrbomben fallen sehr schön schark rief sieht doch ein bisschen so langsam die maus ich glaube es ist besser so ein schöner steinschark das ist ein echter schark oder keine ahnung der schöne schark doch schöne schöne haie haie interessanter anblick ist es nicht ein bisschen eng für die haie ich meine so viel platz haben die jetzt ja auch nicht das geht zu leicht das geht zu leicht na wo sind sie denn hier alle unsere kleinen freunde und dann und jetzt der war doch nicht schlecht oder wo jetzt kommt ja Ähhhhh Worauf wartest du? Ostern? Okay, ich glaube, ich muss doch lieber vorher die Schalte hier vorne drücken Ich meine seinen Arm Ach, vergiss es Was ist? Willst du nicht an dir rumfummeln? Jetzt komm rauf Musst wohl erst Hand an dich legen, Mann Gut, dann eben so Dann werden wir halt über uns selber hier hoch Grace wartet im Foyer Der Haupteingang ist versperrt, aber du kannst den Personaleingang dort drüben nehmen Du hast dich verloren Du hast dich verloren Wo denn? Das ist da vorne? Halt! Du hast dich endlich Danke für den Shotgun Liegt hier noch was rum, was ich gebrauchen kann? Nee, schade Automatisches Drücken Sehr schöne Erfindung Ah ne, ich brauche hier glaube ich kein Licht Einfach draufholzen Was man hier schön ist? Oh ja, Munition Oh ja, Kontaktminen kenn ich noch Kann ich einfach irgendwas nehmen und durchwerfen? Das ist ziemlich dumm gebaut, das ganze Da ist irgendwas durchwerfen Ich glaube nicht, dass ich da wollen, dass ich da drüber springe Ich hab das war eigentlich drauf geballert, aber gut Feuerlöcher können zerstören Feuerlöcher können zerstören Oh, da Wie dämlich Ah, ich hab die Granate noch fliegen sehen, ey Oh Mann, oh Mann Gut, ja, wir sind Ende der Folge schon wieder eingekommen, sehe ich gerade Das heißt, wir machen das wunderschöne Minen Versteckding später Wo machen wir da hin gerade, um zu sterben Na gut, äh, ja Das sind wir in der nächsten Folge Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal